Hallo und herzlich willkommen hier zur Nerd-Gemeinde und einer weiteren Runde Minecraft Achievements Genau, oh shit, wir müssen hier den LAN-Server aufmachen, denn wir sind hier beim David und sein Bruder, der Frank ist, da joint er schon, der Fabiton Ja, der hat sich uns bereit erklärt, uns ein bisschen unter die Arme zu greifen indem er, während wir hier unseren Achievements nachjagen ein wenig Eisen sammelt und uns vielleicht einen Spawner für ein gewisses Achievements sucht Komm, machen wir hier? Machen wir 50 Meter? Ja, nein Was soll ich denn das machen? Wir haben schon mal, wie viel dabei haben Was müssen wir überhaupt alles machen? Ich will jetzt mal nach Hause eigentlich Ja, gehen wir erstmal raus, ich weiß eh nicht mehr, was wir gerade am machen waren Ich werde unbedingt einfach nach Hause Es ist jetzt nämlich einige Tage... Achja, mein Bruder ist Legasdenica nebenbei Deswegen das Hirr mit ohne IE Wir schreiben die ganze Zeit jetzt mit ihm so über Minecraft Wir müssen jetzt erstmal hier raus ausmachen, ich habe keine Ahnung, was wir machen Ich glaube, er braucht erstmal unsere Koordinaten Ja So Das ist kompliziert Minus 450 Y Y Y 0 20 Hä? Minus 1 Ja, minus... Y ist 21 Y ist doch Ach ja, stimmt Ah, ich hasse es So, jetzt steht da ungefähr 50 Block von uns entfernt in der Pampa rum Also gut, jetzt gehen wir mal nach oben Hast du eine Schaufel zufälligerweise dabei? Ja Ich bin ganz überfordert, ich habe schon so lange nicht mehr Minecraft drin, bestimmt schon eine Stunde her oder so Was machst du da? Jetzt komm mal runter Krab dich einfach aus, sinkrecht Sankrecht Ja, oder? Sankrecht Ja, krab dich sankrecht Was ist mit Lava und so? Findest du die geil? Naja, welche Höhe sind wir? 24 24 Ach, da kommt nix mehr Oh oh, ist dunkel Man nehmen wir die Spitzhacke, es geht schneller, munkelt man Munkelt, munkelt man, wo munkelt man denn sowas? Weiß nicht, in so manchem Minecraft-Forum Was sind das für Noob-Forum? Die Fackel Und jetzt einige Die das überhaupt nicht, weiß auch nicht, woher die immer diese Ideen nehmen Wow Zu dem kommt doch keine Lava, oder? Ja, wir haben es echt gut erwischt Was ist? Der hat es geschrieben Nein, aber ich warte bestimmt schon Die braucht erst meine Zeit, ist der hierher Ich frage, was mache ich jetzt? Einfach zur Seite weggraben Ach, da ist er Zum Glück habe ich das hier neben dem Erdblock gemacht. Lava, töte sie. Woher war ich? Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, die graben wir jeden halb ab. Ich dachte, das reicht. Das munkelt man auch in manchen Foren. Jetzt suchen wir hier gerade so gemütlich hier sitzen, können wir uns jetzt mal die Achievements anschauen. Okay. Wo fangen wir denn an? Hier. Den Sattel, den müssen wir in der Mide finden. Müssen wir finden. Den Sniper-Duell, ja. Da brauchen wir einen Spawner oder so. Das hier sucht der Fabians für Eisen und Schienen. Das heißt, als nächstes den Overkill, beziehungsweise dafür brauchen wir ja fast hier unten den Bookshelf zum Verzaubern. Ach stimmt, ja. Und dann können wir noch irgendwann den Ender machen. Aber das würde ich sagen, machen wir als letztes. Ja, natürlich als letztes. Das ist ja auch das Ende. Bis dahin holen wir uns dann noch ein paar Dias, dass wir da voll ausgerüstet reingehen können. Da komme ich dann auch noch in die Lahnwelt. Dann machen wir uns das dritte gegen den Ender Dragon. Das wird uns natürlich ziemlich asozial. Ach man. Ich glaube, der ist ja alles ehig. Zum Glück kommt hier keine Lava. Ja. Das war aber ein Lava-Feld auf ungefähr Höhe 30, oder? 35. Ja. Wir haben dann wieder Glück gehabt. Ist doch immer da. Kennst du die nicht? Das ist so die geheime Schicht, oder? Ja. Da hat es nur immer mal wieder 3 auf 3 große Löcher drin, dass du runtergraben kannst. Genau. Und nur in der Mitte. Ja, wie lange geht das denn da noch nach oben, ey? Ja, 60 ist Meeresspiegel, glaube ich. Ja, 64. Ich dachte genau, Hälfte von der alten Map-Höhe. Also Lehm findet man nur bei 60. Oder 61 und 59 noch. Aber 60 ist irgendwie... Ja, dann muss 60 sein. Ich dachte immer, es wäre Hälfte von der alten Map-Höhe. Ja, vielleicht ist ja Lehm auch im Schnitt weiter unten. Ja, ist er in der Regel auch. Aber er kann auch drüber sein. Ein Block über Meereshöhe gibt es auch Lehm, dachte ich. Da ist schon Erde. Ja, schon oder wieder. Wir hatten schon mehrere Erzflütze. Ich höre, ich höre Wetter. Stimmt, Regen, gell? Ja. Das ist die richtige Erde. Betränken wir gleich. Das ist kein Regen, dass du hörst. Das ist das Meer. Ah ja, es wird lauter. Das ist bestimmt noch. Ja, fast. Das letzte Stück haben wir uns nicht mehr sengerecht nach oben. Ja, wieso denn noch? So. Beide sind direkt da. Ach, hier sind wir jetzt. Du kannst mal das Zuckerrohr ernten und wieder anpflanzen. Wo ist denn das? Da halt gerade aus. Das ist unsere angepflanzt. Ach, hier sind wir ja. Ja, wir sind direkt in. Jetzt nochmal. Na ja. Das ist ja gar nicht bewachsen. Ja, aber wieso? Wir haben nicht gespielt. Das stimmt ja. Wer hat was geschrieben? Wer schreibt denn hier mit uns? Wer hat der geile Pinguin? Dann pflanzt schon mal an. Klaut der uns jetzt hier Sachen, oder? Achso, anfangen. Du bist gerade irgendwie ein bisschen. Du bist gerade irgendwie ein bisschen daneben, oder? Schwein! Die Bahnen! Nein, töten nicht die Schweine. Das sind hier seltene Objekte. Aber es fehlt Fleisch. Hm, das stimmt. Aber haben wir eigentlich genug Dias für ein Dias-Schwert? Wieso brauchen wir ein Dias-Schwert? Ja, für das eine Achievement mit dem Schwertschlagen, 8 Herzen Schaden machen bei einem Monster. Haben wir jetzt nicht, haben wir nicht schon? Wir sind ja nicht dabei. Was denn? Achso. Ähm. Keine Ahnung. Alter, backt das hier. Wichser! Okay. Ähm. Hä? Haben wir den da hingebaut? Ja, den haben wir gebaut. Das war ein Achievement. Ich kann mich da überhaupt nicht. Okay, jetzt schauen wir mal. Das ist der Bogen. Das legen wir erstmal ab. Wer klappt uns hier alles? Ja, wir haben genug. Alter, wir haben einen N4-E-Moral, wir können einkaufen gehen. Na, nur, dass wir heute breitgeilt sind. Was den Bauern? Also, gut. Hey. Wir könnten... Wir könnten versuchen, das Achievement zu machen. Welches? Mit dem... Acht Herzen Schaden. Das sind 50 Meter, sind schon 50 Meter hier, der Typ da. Keine Ahnung. Sag. Ich weiß es nicht. So. Wir müssen es echt so versuchen. Okay, aber nicht will man zum Schwarz einfach. Viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. So. Ja, maximal. Wenn es 50. Wenn es sinkt, dann ist das immer noch zu hoch. Muss ich ihn eigentlich one-hitten, oder? Ne, ne, einfach nur töten. Der ging wahrscheinlich drüber, oder? Ja. Also so. Ja. Weiter runter, hoch? Passt schon. Feuer. Schade eigentlich. Kein Pfeil mehr. Toll. Und zwar mal ein schöner Ausflug hier in Regen. Okay. Ähm. Wollen wir das Achievement versuchen? Wir sind auch Pfeiler aber nicht. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Welches Achievement? Mit den 8 Herzensschaden. Vielleicht schaffen wir es ja echt ohne Verzauberung. Wir haben doch gar keine. Wir können uns ein Dias-Schwert bauen. Wo? Mit welchen Dias? Mit denen in der anderen Kiste. Mit denen da? Ja. Als wenn das Diamant... Nur weil der Diamant steht, ist der Diamant neben jemandem. Ich bitte dich. Gut. Dann ein Holzstock noch. So. Mit, 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 mit gedacht, David. Aber das schaffen wir nur, wenn wir den Trank hernehmen, wenn dann. Ja, und wie machen wir den jetzt? Ähm, wir brauchen... Ja, ich... Oder... Ich hab keine Ahnung. Ich schau mal schnell da. Ja, ich labere. Ich hab mich vorher mal vorbereitet. Ich hab's mir mal angeschaut. Fuck, jetzt hab ich ein Kuchenschlück gegessen. Oh, der Cake ist allein. Du kannst ihn nicht essen. Ich ess noch eins. Jetzt ist nur noch der Hälfte der Kuchen da. Wie, das sind nur vier Stücke? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Okay, jetzt schau mal, was haben wir denn da? Haben wir eine Wasserflasche? Nein, immer nur ein Potion. Ja, ich glaub, da haben wir schon ein Netterwarzen rein. Das passt ja perfekt. Dann haben wir noch ein Blaze Powder, also ein Feuerlohn-Blaze Powder, ja. Gut, haben wir ein Glowstone-Dust. Kriegt man den aus Glowstone, oder? Ja. Das heißt, wir müssen den Netter, aber vor allem egal, ist wichtiger. Nein, mach ich nicht. So, genau, die Kiste. Ich hasse den Netter. Es soll jetzt ja bald neue Gegner ein Netter geben. Nein, ich bin ernst. Wieso Widder, oder wie die heißen? Widder. Ja, W-I-T-H-E-R. Scheint ziemlich fies, das ist so. Nein. Fast. Noch eine Diaspitzacke. Äh, eine Spitzacke. Nehmen wir noch eine Diaspitzacke. Und noch ein bisschen Baumaterial, dass wir in die Decke kommen. Prost. Gut. Entschuldigung, die Tür aufgemacht. Während dem Essen einfach Multitasking. Alter, der Fabio hier, der richtige Bauer. Der macht hier alles perfekt. Danke sagt man nur doch. Praktisch manchmal. Ja, Melkku. Und hey, wir haben noch ein Schaf zum Scheren. Das war hier der Böse, gell? Ja, genau, das war der Böse. Das sollten wir echt mal sichern, irgendwie. Ja, komm. Halb zu wild. Warum sollte der netter gehen? Der muss uns Klettsporner suchen. Keine Ahnung, vielleicht will er sich mal ein bisschen umschauen. So, jetzt... Vielleicht war er da noch nie. Ah, perfekt. Gibt es sonst noch Closedown? Ist nicht zu weit oben? Nö, das schaffen wir schon. Ey, wir können 30 Blöcke hoch. Das sind schon 30 Blöcke, wenn man 50 bauen kann. Eins reicht da. Oh, das sind jetzt in der Nähe diese Lohen. Pass auf, da drüben ist der Spawner. Ja, da ist er. Der Freaky Spawner. Hatten wir da eigentlich nicht übel Glück, dass wir da ausgerechnet einen Spawner gefunden haben. Ja. Zumindest, dass wir ausgerechnet so einen Teil gefunden haben. Da, fuck. Alter. Boah, habe ich gerade Gänsehaut. Das ist ja wie bei Slender hier. Also, Korrektur, Tinti. Jetzt hatten wir Glück. Was war denn jetzt los hier? Ja, das war ein backender Sand, der im Nichts geschwebt hat. Was ist das überhaupt? Ist das schon Gravel? Gravel, ja, meine ich. Und in dem Moment, wo du drauf gebaut hast, hat es den aktualisiert und dann ist er runtergefallen. Der nicht. Der steht hier auf den Ederrad. Achso, der ist ja witzig. Wow. Ja, das sind die kleinen Minecraft gefahren. Die blöden Backt schon wieder. Ja, jetzt hat der Boden halt nicht nachgegeben. Neue Minecraft für Sick Engines. Ey, jetzt hat der Boden nachgegeben. Das ist ja am Haberstuhl. Das wäre ungefähr mal so mies. Lebt das Ding auch noch? Ja, ich glaube, aber jetzt hast du es getötet. Eigentlich reicht uns einer. Eigentlich, aber wenn man schon mehr haben kann, dann warum nicht? Ich meine, wir haben es ja jetzt. Okay, es reicht. Glaube ich, oder? Ja, aber ich möchte es nicht. Wir brauchen einen. Im Home haben wir hier ja nicht oder im Single. Ne. Gibt es das gar nicht. Das ist ja echt doof eigentlich. Zertone nebenbei. Aber, pst. Helpseed. Tell. Geil. Geiles Zeug. Also müssen wir jetzt hier wieder rauslaufen. Ja, ich fürchte es. Das sollte uns gelingen. Naja, wer weiß. Vielleicht treffen wir wieder auf ein gemeines, backendes Gravelfeld. Oh ja, ein Keks. Ein Keks? Nach rechts, nach rechts. Das ist das. Das ist das, also. Ja. Nein. Ich habe mich klopfen immer auf dem Zeug da rum. Ja, da ist aber falsche Richtung. Du musst da rüber. Da lang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zum Test nochmal. Ja stimmt, unsere zwei Portale. Unsere Autobahn. Achso, das gibt es auch noch. Stimmt, die zwei Portale. Was war denn da nochmal los? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, du brauchst jetzt keinen Block. Das war durch das Ding da. Das war durch dieses Fliegeding, was auf uns schießt. Ach, das Gast. Genau. Auf einmal kann man hier so schnell laufen. Pass bloß auf. Sicher da, David. Mauer ist am besten zu von der Seite. Hast du wohl recht. Gibt dieses Baumaterial. Sowas blödes. Gut. Jetzt ist es nur noch gerade ausgefährlich mit dem einen kleinen Loch da. Wieder ist ein Loch. Oh, ist ein kleines Loch. Ach ja, stimmt ja, hier war ja das Scheißportal. Nein. Das war der Müll. Warte, was habe ich geschrieben? Ja, nach links in die... In dieses höhere Gebiet da einfach. Ich habe jetzt irgendwo drauf gedrückt. Ja, auf diesen komischen Render-Chart, Alter. F1, glaube ich. Ich hasse solche Scheiße. Das muss doch echt nicht sein. Aber was sein muss, ist ein Cut. Jetzt schon wieder. Wir sind doch gerade... Achso, stimmt, wir haben ewig in den Minen rumgefuhrwerkt. Bis wir mal rauskommen. Also, bis gleich.